Hallo und zwar mega herzlich, seid, 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 herzlich willkommen zu einem neuen Projekt. Wir fangen in dieser Folge neu an und zwar, weil ich habe die falsche Map gehabt. Das hat mir ganz viel reingeschrieben. Kev, du musst unbedingt die Map wechseln. Hallo? Praise this road, praise it now. Ich verstehe ja kein Wort. Würmchen, 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 komm heran. Friss mir die Blätter, ja, du Würmchen, Mann. Num, 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 lecker, lecker, lecker. Mann, schwimmen! Nein, doch nicht! Nein. Nein, zwei Leben left. Ihr seht das, ich bin nass geschwitzt. Äh, hallo, Freunde? Wie geil ist das denn? Ist das gewollt? Es tut mir doch so leid. Girl, ich würde alles tun, dass du mir verzeihst. Girl, ich mach es wieder gut. Ich hab's nicht ins Wasser geschafft. Ja, ja, sowieso. Eine Timelapse. Wow! Fuck it! What? What? Ah, ha, 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 ha. No, ihr Lieben. Seid herzlich willkommen zu einem weiteren Teil. Agrarian Skies. Und ich weiß nicht, ich bin verdammt nochmal richtig guter Stimmung. Und ich... Was haben wir da? Woohoo! What the fuck? Nice reward! 0,19%. Chance, das zu kriegen. Das ist ein Mining Level. Manilium. Das ist der Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn. Das ist Kobalt. Das ist ein Kobalthammer. What the fuck? Bams! Haha! Woohoo! Ja, 18.000 Rebels. Ist klar. Eins noch, dann ist alles chillig. Eins noch, dann alles chillig. Eins noch, will nicht geben jetzt. Will nicht geben jetzt. Muss ich erstmal hier Todesschelle auspacken. Zumindest lasse Viecher. Oh, scheiße. Es kommen immer mehr. What the fuck? What the fuck? No, what? What? Ich hab mich... Ich hab mich fast in die Hose gepisst, Freunde. Also jetzt nicht wirklich, aber ich hab mich schon gut erschreckt. Wow, fuck it! Nein, nein! Nein! Oh, nein! Oh, nein! Lol! Feuer, Imps! Ich bin im Arsch! Ich bin im Arsch! Oh, ho, ho! Freunde, ich bin im Arsch! Gestorben! Dreckig verreckt! Ne Katze! Ne Katze! Miau! Ocelot! Oder wir nehmen einfach einen Tank. Oder wir nehmen einfach einen ganz... Oh, was ist denn hier hinten los, Mensch? Ist da eine Mücke, die sich da festgebissen hat? Ähm... Oh, muss ich gleich husten. Ba-ba-ba-ba-ba-ba-bam! Oh, Quest! Gemacht! Super, super geil! Yes! Das gefällt mir! Galty, bei mir! Ward,ANN Ich bin... ... ...